Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Und freue mich jetzt schon auf die Auftritte, die wir haben werden, auf den Schulformen, die wir bieten. Und der Jan möchte jetzt auch noch etwas sagen. Ja, ich möchte jetzt stellvertretend für unsere Truppe sprechen. Und zwar, wie ihr vielleicht beim Einmarsch gesehen habt, haben wir dieses Jahr in der Runde als einländliche Tracht Trainingsanzüge bekommen. Und dafür möchten wir uns bedanken, zum einen bei unserem Hauptsponsor und Veranstaltungstechnik hier aus Tüdern. Außerdem hat uns die Gaststätte Schäbhaus hier aus Tüdern und Gaststätte Käthe Jüten auch finanziell unterstützt. Dafür möchten wir uns bedanken. Und unser ganz besonderer Dank gilt unseren beiden Trainerinnen, Janett und Kerstin, die mit uns schon viel Geduld haben mussten. Und dann möchten wir uns auch nochmal extra bedanken bei den zwei mit einem dreifachkräftigen Tüdern. Kerstin und Janett. Männerballett. Vielen Dank euch und ich sage jetzt guten Abmarsch und ich glaube, ihr müsst noch da rein, dann geht ganz kurz da rein. Und dann kann ich jetzt schon langsam in Richtung Finale denken. Das größte Teil des Programms ist jetzt vorbei. Wir machen sofort noch die Belliums. Ich darf mich im Namen der Witze erst einmal bei allen bedanken, die hier auf der Bühne waren. Es gibt viele Grünen, die hier gewesen sind. Viele Leute haben viel gearbeitet bei den Reden, bei den Menschen Grünen. Dafür sagen wir auch Dankeschön. Wir dürfen uns bei euch im guten und rechten Türen haben. Dass ihr uns auch ganz hier wart, dass ihr gut mitgemacht habt. Es hat uns hier oben mal Spaß gemacht. Und ich sage vielen, vielen Dank. Wir machen jetzt guten Abmarsch für das Männerballett. Und dann bin ich nie gut.